So, hi. Ich habe erstmal in diese Flasche Wasser reingefüllt, ganz normales, warmes Wasser. Saubermes Wasser. Bis dort. Und ja, ich wollte dann noch irgendwie versuchen, so Milch zu machen. Also, dass es mir Milch aussieht. So, mit Milch und dann mit mir. Mal gucken. So, ich habe schon den Deckel abgenommen. Und jetzt eigentlich nochmal genauer zeigen. Das ist eben diese Flasche. Das ist ja Lias eigentlich. Ja, und hier waren schon mal Bläschen. Das habe ich in einem anderen Video mal gezeigt, wo ich das heute gemacht habe. Und ja, es ist Milch mit Mehl. Also sozusagen Fake-Milch eigentlich. Aber auch aus echten Sachen, die man essen kann. Und ja, dann zeige ich hier, da sitzt die Süße Lia. Und dann ist die Lotta. Da drüben ist die Sally. Aber es geht um eher. So, ich mach mal hier raus. So, meine Süßen, den Schmier rausnehmen, ne? Mach's. So. Die Flasche. Komm, dein Abendmüll. Hm? Wie, ich, du? Hm? Ja. 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 Da ist endlich mal so sozusagen Milch drin. Also, wie so echte, die nach echten, wie Milchpulver aussieht. Schmeißt du, nicht? Schmeißt du dir? Entscheinend sieht so aus. Ja. Es sieht doch wirklich realistisch aus, finde ich. Und ja. Das ist jetzt so voll. Fast. Also 150, aber ein bisschen mehr. Hier sind die wieder, die Blubablasen. Wenn man, na, ja genau, wenn ich so schüttelde, kommen die. Da. Aber ja. Dann beende ich dann mal das Video. Schönen Tag und eine schöne Nacht. Je nachdem, wann das dann hochgeladen wird. Ja. Ne? Das war das Video zu. Sie füttern wegen der Abendmilch.